Hi Leute, hier ist Heike Hab Christian. Ich möchte heute etwas auf das Fake-Vegans-Argument eingehen, was auf YouTube so gerne benutzt wird und was ich einfach komplett blödsinnig finde. Und ich habe darüber noch kein Video gemacht und deshalb mache ich jetzt ein Video darüber. Wie Unnatural Vegan bereits in ihrem neuesten Video über Nekocado Avocado erwähnt hat, ist das Fake-Vegans-Argument in der Regel eine Variation des No-True-Scotsman-Argumentes. Ich glaube, auf Deutsch würde man das wirklich mit kein wahrer Schotte übersetzen. Klingt komisch. Und das ist ein Argument, ein Trugschluss, eine rhetorische Figur, die benutzt wird, um die Glaubwürdigkeit von Mitgliedern einer Gruppe herunterzusetzen, die in irgendeiner bestimmten Form nicht mit dem Konsens übereinstimmen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel die ganze Sache mit Freely und Duran Rider und 30 Bananas a Day und Rotel 4, die ja zum Beispiel als Unnatural Vegan gesagt hat, es funktioniert nicht für mich, ich halte mich an alles und ich nehme Gewicht zu. Und Duran Rider hat dann gesagt, dann musst du nebenher halt Big Macs essen. Oder Freely, die gesagt hat, dass Unnatural Vegan, weil sie Freely kritisiert hat, dass sie Eier isst und von der Milch- und Fleischindustrie gesponsert ist. Das sind solche No-True-Scotsman-Argumente. Ich kann nicht verstehen, wie man nicht einsehen kann, wie man als Veganer nicht erkennen kann, dass das genau der Grund ist, warum Veganer auf YouTube als Sekte angesehen werden oder als Sektenmitglieder angesehen werden. Denn das ist genau das, was Sekten auch machen. Das hat Unnatural Vegan in ihrem Video auch erwähnt, dass wenn man sagt, es funktioniert nicht für mich, dass dann immer das Argument kommt, ja, dann hast du es halt nicht richtig gemacht. Oder du auf irgendeinem Parteikongress der Linken oder so, sagt man halt, man ist nicht für den Kommunismus und sowas. Und dann kommt die Antwort, ja, dann bist du kein richtiges Mitglied der Linken, dann bist du kein richtiger Sozialist. Ich darf das sagen, ich bin Mitglied von den Linken. Und das ist genau das Gleiche, was Sekten sagen. Es ist genau das Gleiche, was zum Beispiel die Church of Scientology macht. Wenn man es wagt, aus der Church of Scientology auszutreten und sich öffentlich gegen die Herrschaft, gegen die Leitung unter David Miscavige zu versetzen, was passiert dann? Man hat eine Hass-Webseite gegen sich online, wo irgendwelche Lügen verbreitet werden über einen, wo dann sowas draufsteht wie, natürlich muss er sowas sagen, denn er war nie wirklich ein richtiger Scientologe. Und das ist doch in der Essenz her genau das Gleiche, wie wenn man sagt, ja, dass Veganismus ist als Idee unfehlbar, obwohl Veganismus nichts darüber aussagt, wie man sich konkret ernährt. Und deshalb, jeder, der fehlschlägt, ist kein richtiger Veganer gewesen. Das ist kein richtiges Argument, das ist kein logisches Argument, das ist kein stringentes Argument und das lässt Veganer einfach nur als totale Vollidioten dastehen. Tut mir leid, das kann man nicht anders sagen. Das ist der Grund, warum Veganer als Sekte Mitglieder angesehen werden, warum Veganismus als Sekte angesehen wird. Wegen Leuten, die solche komischen Argumente benutzen und das nicht mal wirklich checken. Das sind nicht wenige Veganer auf YouTube, die so etwas sagen. Und das ist dumm. Das ist wirklich, wirklich einfach dumm. Und der zweite Kritikpunkt an diesem Fake-Vegans-Argument, neben dem, dass es das No-True-Scotsman-Argument ist, in einer anderen Form, was ich gerade abgehandelt habe, ist, dass es diesen Begriff Fake-Vegans auf einer logischen Ebene nicht einmal geben kann, weil es nicht mal Konsens darüber gibt, was ein Real-Vegan ist. Weil Veganismus, so wie er auf YouTube praktiziert wird, eine vollkommen willkürliche Definition davon ist, was man zu tun hat, um ein guter Mensch zu sein und was man zu tun hat, um kein guter Mensch zu sein oder was man zu tun hat, um ein Veganer zu sein. Es gibt Veganer, die sagen, dass Plastik nicht vegan ist. Es gibt Veganer, die sagen, es ist nicht vegan, bei Edeka einkaufen zu gehen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn jetzt Veganismus eigentlich? Es besteht keine Einigkeit über diesen Begriff, weil dieser Begriff auch nicht komplett stringent durchdefiniert ist. Natürlich gibt es die Definition von Donald Watson, von der Vegan Society, aber selbst die gibt einem ja einen gewissen Freiraum, in dem sie sagt, sofern praktikabel oder sowas, sollte man dann halt tierische Produkte aus dem Leben ausschließen. Und dann gibt es eben diese Veganer, die da noch Veganer reer, reer, reer sind als andere, was ich ja schon in vielen Videos angebracht habe und in vielen Videos kritisiert habe, was ich nicht hilfreich für den Veganismus finde und was letzten Endes auch gar keinen Sinn macht. Denn selbst wenn man versucht, wenn man versucht, so vegan wie möglich zu leben, es kommt dann wieder einer, der sagt, du bist auf der Straße auf eine Ameise getreten und deshalb bist du kein Veganer. Und meine Argumentation ist halt, wenn man nicht einmal vegan sein kann, laut Mehrheitsmeinung, geht es ja irgendwie gar nicht, weil man ist ja laut irgendjemandem immer nicht vegan, dann kann es auch kein Fake-Vegan geben. Wenn es das eine nicht gibt, kann es das andere meiner Meinung nach nicht geben, weil dann jeder ein Fake-Vegan ist, weil es keine richtigen Veganer geben kann, außer die eine Person, die dann aufgrund ihrer völlig willkürlichen ethischen Argumente sagt, dass sie die einzig vegan lebende Person auf Erden ist. Und das ist halt dieses allgemeine Problem mit Labels, dass man halt meint, dass man dieses Label vegan unbedingt nötig hat und dass man dann nicht auf die Taten der Person guckt, nicht auf das, was eigentlich passiert ist, sondern man guckt nur darauf, wie hat die Person sich definiert. Und ich finde diese ganze Sache mit Definitionen und Labels und wie man sich jetzt beschreibt, sowieso total problematisch, weil das nicht einfacher macht in vielen Fällen. Das ist wie, wenn man sagt, ich bin Christ und dann sagen Leute, aber aha, also du bist gegen Homosexuelle oder du bist dagegen, Kleidung aus Mischgewebe zu tragen oder du bist dagegen, Schalenthe zu essen. Und dann muss man sich im Prinzip ja auch wieder erklären. So, ja, ich bin Christ, aber ich glaube nicht so sehr an das Alte Testament, ich glaube an das Neue Testament und all sowas. Und das meine ich halt mit Begriffe können es manchmal einfach schwieriger als einfacher machen, auch wenn Veganismus halt ein netter Catchphrase ist. Aber so wie es auf YouTube gemacht wird, ist, dass man halt nicht richtig vegan sein kann, aber auch nicht fake vegan sein kann. Also kann man eigentlich gar nicht vegan sein, man kann gar nichts sein, aber auch alles. Und es nervt. Es nervt und es macht einfach viele Sachen sehr, 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 sehr viel schwieriger, weil man alles, jede einzelne Tat im Universum auf den Veganismusgrad hin durchdeklinieren kann und es tausend verschiedene Meinungen geben wird. Einige sagen, Papier ist nicht vegan, andere sagen dann, Papierlos ist auch nicht vegan, weil die Leute im Serverraum bei Netflix dann Fleisch essen. Das sind halt Sachen, die man nicht kontrollieren kann. Man muss im Leben auch irgendwann akzeptieren, dass man bestimmte Sachen nicht kontrollieren kann. Und ich glaube, das fällt einigen ziemlich, ziemlich schwierig, dass man einfach auch manchen Leuten, dass man Leuten einfach die Möglichkeit geben muss, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es selber wollen und dass die Wahrheit, die für einen selber gilt, nicht die Wahrheit ist, die für alle gelten muss. Natürlich sage ich, natürlich sage ich, ich ernähre mich vegan, weil ich finde, dass es das Beste ist, was man machen kann. Aber ich habe es aufgegeben zu sagen, dass ich vegan bin, weil ich es laut, eigentlich laut keiner Definition bin. Also ich habe bestimmt irgendwelche Plastikprodukte gekauft, wo ich nicht geguckt habe, ob sie jetzt wirklich hundertprozentig vegan sind oder so. Und ich habe keine Lust, deswegen dann im Internet angefeindet zu werden. Die Diskussionen sind mir zu lang, deshalb sage ich, ich ernähre mich vegan. Und ich finde, ich probiere, das zu machen, was ich für richtig erachte, was ich finde, was die Welt zu einem besseren Ort macht. Ich finde, darum sollte es gehen, nicht darum, wie man sich jetzt unbedingt definieren muss. Und es gibt vielleicht, vielleicht gibt es Fake-Veganer im Sinne von so jemandem wie Vegan-Cheater, der halt vorgibt, vegan zu sein und um Views zu kriegen und dann am Ende doch wieder doch Käse isst und sagt, ja, der ist jetzt schon drauf, ich esse den trotzdem. Oder im Supermarkt irgendwelche unveganen Produkte kauft. Und da könnte man dann schon sagen, er ist nicht vegan, aber dann ist er halt kein Fake-Vegan, dann ist er ein No-Vegan, ein Not-Vegan, weil er sich auch irgendwie nicht zu der Definition zugehörig gefühlt hat oder zugehörig fühlt, so wie ich das verfolgt habe. Ich verfolge ihn nicht wirklich. Also, es gibt keine Fake-Vegans. Das ist meine Konsequenz daraus. Es gibt keine Fake-Vegans und einfach diese ganze Diskussion darüber ist blödsinnig, weil es die eigentliche, es trifft nicht den eigentlichen Punkt solcher Diskussionen. Nur weil Neko Kado vielleicht nicht oft genug gesagt hat, dass er vegan ist oder so und jetzt halt mit dem Veganismus seiner Meinung nach gescheitert ist, heißt das noch lange nicht, dass er dann automatisch ein Fake-Vegan war oder dass er auch immer ein Fake-Vegan ist oder dass Unnatural Vegan ein Fake-Vegan ist, weil sie keine Ahnung was, weil sie gegen Freelys Ernährung isst. Das ist blödsinnig. Das ist blödsinnig. Das ist kindisch. Das lenkt von der eigentlichen Problematik ab. Und manche von diesen YouTubern haben doch schon stichhaltige Argumente oder Probleme, die man ernst nehmen sollte. Und die nimmt man nicht dadurch ernst, dass man sagt so, ah, du spielst nur rum, du gibst das alles nur vor. Und deshalb, ich finde es nicht hilfreich, ich finde es kindisch, ich finde es ethisch unredlich, ich finde es unlogisch und es macht mich traurig, es macht mich traurig, dass so viele Leute diesen Begriff benutzen. Wirklich, es macht mich traurig. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich dazu noch sagen kann.